hallo liebe leute herzlich willkommen zu altes live in den letzten zwei folgen haben wir ein bisschen was erlebt wir haben bisschen chaos heute ist es so wir sind am kokainfeld und über uns die helikopter spottet aber curry kurze information nicht so viel laufen weil man kann durch die dachfenster stehe leute steppt auch nicht rum wenn die aussteigen einer müsste von euch raus und direkt die vorwarten roleplay mäßig sagen überfall überfall waffen weg hände überm kopf das ist diesmal der curry das habe ich bis jetzt immer gemacht okay die körper kommen dennis du musst da curry decken falls sie auf curry schießen wollen ja aber die dürfen das eigentlich nicht ne und so gut verstecken jetzt die können die scout nicht bewegen bewegst dich immer noch der heli landet jetzt jemand kann hier durch die türen durch die scheiben gucken ja ich sehe es da ist noch am scouten ich sehe den gar nicht doch jetzt sehe ich ihn ja nicht bewegen curry ne weil der scoutet man ja der wird schon landet der landet der landet nicht bewegen curry ich mach nix aber der sieht mich man egal nicht bewegen wie soll er dich denn sehen weil oben oben auf dem dach fenster sind er landet auf dem dach landet wer er wird nicht auf dem dach landet er kommt durch die alle reiß man die haben uns gesehen glaube ich natürlich haben die uns gesehen ganz ruhig die schießen jetzt vielleicht durchs fenster pass auf die dürfen die schießen jetzt steigen die aus doch die sind auf dem dach gelandet ja wie wollen die denn runter ok da ist jetzt einer ausgestiegen zwei leute die gucken rein jetzt glaube ich soll ich die schießen ich schieße ich schieße warum schießt du denn weil die uns gleich holen man oh Dennis die dürfen dich nicht einfach abknallen jetzt steigen die ja weil die uns angreifen pass auf die sind jetzt wieder eingesteigt alter der hat mich gesehen mega mann ich dachte der zieht jetzt hier rein alter der darf nicht auf dich schießen wie oft denn noch wir haben dich doch im blick ich hätte den töten können warte warte was macht der jaun ab der fliegt weg ne der schwebt noch einer hat abgeschlossen wer war das ich weiß nicht ich glaube nicht dass die abhauen Jungs ja die rufen jetzt andere ja ja ne der fliegt direkt über mir ey aber der sieht mich bestimmt aber ist ja egal ne nein 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 nix ist egal ich hab die Vermutung Jungs warte mal was anderes was ich hab die Vermutung dass der uns vielleicht gar nicht gecheckt hat sondern denkt dass es von weiter weg kann deswegen spottet er gerade und dass der vielleicht nur den Weg frei halten will für ein Auto ja er hat ja er hat ja auch geguckt die hatten mega fett dabei du musst die Tür hier wo ich vorstehe da musst du den Blick behalten die hatten bestimmt ganze Dings voll weißt du ganzen Helikopter voll aber die wollen die landen hier nicht ne die sind weg die kommen nicht hier und die sind noch nicht dumm der Helikopter ist aber immer noch über uns Leute ne er fliegt weg der ist direkt über mir ja aber er wird wegfliegen jetzt ah scheiße man ey ich hatte einfach nur Panik man der hat hier oben reingeguckt so weißt du Dennis du musst du darfst das nicht mit Daisy verwechseln das machen wir oft ich mach das auch die müssen das ankündigen von daher alles okay ja gut ich wurde schon bei einer umgefahren mich hat einer ja aber ich glaub die die wissen das schon wie gesagt das passiert mir auch dass ich das manchmal mit Daisy verwechsel und so dass ich dann schnell reagieren will aber solange die das nicht angekündigt haben alles easy aber der Helikopter ist immer noch da ich höre immer noch ja der wird jetzt überall scouten ja nicht gut von uns hier ruhig 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 alles ist gut aber wo ist der denn ich seh den nicht er ist links in der Hand er ist direkt über mir alter jetzt seht er ich glaub jetzt haut er ab ja komm raus weg ja aber ich hab die Vermutung bis die wieder kommen werden glaub ich auch wenn der Stoff da drin hat ist das der einzige Verarbeitungsplatz hier ne glaub ich nicht sorry dann machen wir das anders ich glaub wir gehen nochmal auf Distanz hier raus aus der Halle doch das ist das ist der einzige ja wir gehen wir gehen in die Nähe ähm äh dann warten wir bis die verarbeiten das dauert ja ein bisschen Major und während die das machen umstellen wir die Lagerhalle ja wenn du euch hier hinten bleiben ja wenn du euch hier hinten bleiben das ist der einzige dann komm raus ja aber pass mal auf wenn du euch sehn Dennis wenn ihr dahin äh läuft dann seid ihr ab dran ne ja da müssen wir auch passen ja warum du kannst wir können auch hier vorne irgendwo im Busch gehen dann kannst du dann können wir mit denen reden so ja das ist dann ich hab die Vermutung ich hab die Vermutung dass die irgendwo aussteigen werden hinten jetzt und äh um uns zu holen ne weil der hat der hat mich der hat mich umsonst gescoutet also du hast grad die andere zugemacht warte ich mach mal ne mach die zu hier da hat der Major recht Alter ich krieg die Tür nicht zu mach mich mal ebenso lange mit der Umgebung hier vertraut jetzt mach die kleine zu Curry und dann gehen wir in den Busch wie mach ich die denn zu oder lass einfach scheiß drauf bin ich mal gespannt ob die wieder kommen also sorry auf jeden Fall ne egal aber sorry wofür denn boah mir gingen echte Stifte in dem Moment ich weiß auch nicht mein Kopf hat irgendwie das kann ja passieren ist ja egal alter der hat zum Anfang bekommen aber wie gesagt er hätte ja nicht direkt schießen können und wenn er das angekündigt hätte hätte es ja zurücksagen können dass die sich ergeben sollen oder wir äh äh das Feuer eröffnen werden also an alle Zuschauer tut mir leid nochmal ja boah was denn boah dein Handy wieder dein Handy oh sorry tatsächlich sorry ja also entschuldigen musst du dich dafür nicht Dennis das kann mal passieren kein Problem man wir warten jetzt mal ich hab eher nur die Befürchtung dass die jetzt irgendwie von hinten mich rushen oder so falls sie mich gesehen haben euch haben die glaube ich nicht gesehen glaube ich auch nicht ich glaube ich zum Curry ey doch mich haben die gesehen der flog direkt über mir ich lag nämlich relativ frei hinter den Steinen ich lag nämlich relativ frei hinter den Steinen achso du liegst auf dem Felsen ne ist das keine Buschbronze ne ne hier oben sind echt nur Felsen paar Büsche hier vorne allerdings aber ich lag jetzt noch oben weiter ne mhm ok es gibt jetzt zwei Möglichkeiten entweder landen die weiter weg und kommen oder die holen oder sie kommen gleich wieder aber sie haben die Ladung ja irgendwann müssen die ja weg bringen ne ja es gibt ja nicht nur eine doch das ist der einzige so jetzt sogar die Tür bei dem Kokain Dings aufgemacht nein nein ich bin im Busch auf der linken Seite ging ja die Tür auf ja ich weiß nicht auf der rechten meine ich sorry ich hab die andere ich hab die andere Haupttür im Blick nicht die Haupttür an der Seite bin ich jetzt doof die gehen doch grad auf hab ich auch gesehen Dennis die Haupttür ist vorne offen da eine Tür ist vorne aufgegangen da war keiner glaube ich von euch aber wieso die rechte Tür auf der rechten Seite der Lagerhalle die kleine Tür meinst du ne ja die ist auf ne ja die haben wir nicht aufgemacht die ist vorhin ist sie aufgegangen ja aber hier ist kein das kann nicht sein das hätten wir gesehen das hätten wir gesehen oder Major hätte das gesehen hat doch gesehen wie die Tür aufgegangen ist vielleicht war das auch irgendwie nur im Bug aber da ist auf jeden Fall keiner achso ne 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 Schlangen können in Arme auch Türen öffnen achso jetzt ernsthaft ja ja ernsthaft wie die Schlange so weißt ja ja aber wenn ich richtig sehe Kokainextraktor ist wirklich der einzige ja dann werden sie 100 pro sich positionieren und Tieren kommen Leute ne das ist jetzt scheiße ruhig ruhig ist noch nichts passiert Leute wir haben uns unsere Position gewechselt aber ich wechsel ja ich nicht ich mach das es gibt hier sogar einen Jesse Pinkman auf der Karte ich höre ein Auto ähm Auto kommt raus Leute wo? von rechts was ist rechts? ja das ist ein Eifrit alter ok versteck bleiben ja ihr seid jetzt am Zug das ist kein Eifrit das ist ein LKW das ist einfach ein LKW ja ein LKW super Leute Jackpot Leute Jackpot warte nein 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 nicht nicht klar und deutlich der wird erstmal kontrollieren Curry versteck dich warte nicht 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 Geduld ja also der wird alles abchecken genau warte wenn er mich sieht red ich sofort ne nicht bleib einfach nicht bewegen ich bin im Busch so leicht wird er dich nicht sehen wir warten bis er reingeht sogar ich würde ihn sogar extrakten lassen erstmal weil dann haben wir nämlich die ganze Knete ne die müssen das ist ja nur der Verarbeiter habt ihr den im Auge Leute? ja 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 aber Verarbeiter gibt ja kein Geld ok er macht die Karre wieder an ne doch nicht dann mach mal Nightwish an sitzt noch drin oder? ja ich hab ihn nicht im Blick du musst ihn im Auge behalten Dennis äh er sitzt noch drin hm Bonzer hat den auch im Blick ne? ja nein ich hab hier keine gute Position aber ich hab ich würd schon schießen können wenn was ist äh noch drin ja du musst den Truck im Blick haben na warte mal bei mir sind alles gesaved aber nicht dass die die dich sehen ne ganz ruhig ganz ruhig ja ich bin hier komplett hinter den Steinen und du kannst dich da halt auch nicht hinlegen das ist das Problem weißt du aber ich such mir jetzt ne Position ist das mehrere Dennis oder ist das nur einer? ja es ist nur einer glaub ich er sitzt aber noch drin ich glaub der war macht der denn da drin wenn jemand zuschlägt warte warte immer Geduld ja wie gesagt wir können jetzt auch anfangen ne der muss aussteigen der kann ja nicht einfach wegfahren aber was ist er was ist denn wenn er nur das Vorprogramm ist? ja ich warte mal noch ein bisschen lass uns noch bitte eine Minute warten Major ja? nur zur Sicherheit ja ja alles ruhig alles okay alles easy ich komm mir sehr suspekt vor dass er nicht aussteigt oder ich sehs nicht ich kanns auch nicht richtig erkennen doch wir hätten ja Türen öffnen hören oder sowas ja ansonsten Curry näherst du dich dem Wagen ich komm von vorne und wir sagen Überfall ja nee Curry sagt schon direkt Überfall bevor der dich sieht dann kannst du dahin laufen okay zieh du schon mal auf die Reifen Dennis ja? falls der losfährt ja du auch Curry ja ich seh den nicht wie gesagt er darf nicht schießen Leute ja geh ran Curry geh ran langsam jetzt oder nicht okay ich sag jetzt ne jo guten Abend mein Freund dieses ist ein Überfall bitte steigen sie aus und heben die Hände in die Luft falls sie wegfahren sollten wir haben ihre Reifen im Blick ne also das würde schwierig werden aussteigen 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 bitte steigen sie aus kein Grund zur Fürchtung guten Abend hallo aussteigen bitte Hände hoch Hände hoch Hände hoch Hände hoch bitte sehr schön ja ist doch ganz leicht hier ist doch ganz leicht ab auf die Knie ab auf die Knie guten Abend ab auf die Knie ja Leute ähm ja wie geht das welche Tastenkompensation sagt auf die Knie ich bin erst seit gestern x okay ich entziehe hier mit ihr Handy sie dürfen nicht mehr die Polizei oder den Notruf kontaktieren sorry aber ich muss mal kurz in ihren Rucksack schauen ne so jetzt geben sie uns mal die Schlüssel für ihr Fahrer äh für ihr Wagen ja wenn mein Kollege fertig ist sind sie alleine hier erstmal ausrauben Leute ausrauben Curry ja warte der ist gerade wieder aufgestanden das geht gerade warte soo bitte bleiben wir auf dem Boden ne ach 20.000 schön ok was haben sie dann wunderschön jetzt geben sie mal die Schlüssel für ihr Wagen rüber damit sollten sie eine Waffe ziehen oder sonst was werden wir sofort schießen darf ich das übergeben uns beiden ihr habt aber aktuell noch keinen korrekten Überfall angekündigt oder doch doch das habe ich gesagt dann sage ich es jetzt nochmal hier das hier ist ein Überfall ja nochmal offiziell ja ja ne ne ich meine doch kommt normalerweise doch rechts ähm ja man kann das aber auch per per Direct Communication machen Handy weg Leute ich habe es dir jetzt direkt gesagt ja dann was sagst du Mächer Handy weg Handy ist weg Handy ist weg also dann gebt uns mal bitte äh die Schlüssel ah ok der meinte diese Nachricht ne wo wir vorhin drüber gesprochen ja 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 das geht ja auch über Direct wenn er das hört so Curry halt du den im Auge ja 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 wie guck ich da rein nochmal Inventar einfach Inventar ja T nicht Inventar T was genau macht ihr oh 34 verarbeitetes Kokain und äh 13 unverarbeitetes das machen wir Leute wir nein wir verkaufen das Auto man ok wir wollen das schon letztens mal ja also ähm folgendes du gehst jetzt das unverarbeitete Kokain drin verkaufen kann ich ihn auskaufen oder was ja dann packst du das verarbeitete Kokain wieder in den Lkw und wir nehmen den Lkw mit und das dann bleibst du am Leben ist das in Ordnung? was ihr wollt ja komplette Ladung inklusive Auto mitnehmen das ist ja ein Überfall mein Freund also seid mal ein bisschen strenger jetzt komm wir haben nicht ewig dein Leben das hast du davon das ist dein dein Leben dein Leben ist deine dein 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 was du dann noch hast dass du am Leben bleiben darfst also ne 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 nein 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 fang mal an los ausladen Tunnel der neue Fonze äh wie ausladen was wo hin ausladen du das unverarbeitete Kokain verarbeiten gehen und dann wieder in den Lkw einladen nicht dass der uns jetzt hinhält alter ja eben am besten ich zähle jetzt bis 10 wenn du es nicht gemacht hast kriegst du ein Headshot am besten lassen wir das und holen uns das Auto und verkaufen das Ding ja ein Lkw das bringt nichts Leute also los gehts ich hab dich nicht gefesselt oder so los gehts du hältst mich hin Kollege du ich kannst keine mit Curry ne ne das ist einfach so ein stinknormaler Lkw achso warte mal die umgegung Major ne ich war das ja ich mach das auch ja geht nicht halt ihr habt dich doch festgenommen oder nicht irgendwie wir haben dich nicht festgenommen jetzt gehts doch so fang mal an Ladung schön langsam der wollte ja grad Rope machen langsam du musst zurück du musst zurück du musst zurück hol die Ladung aus dem Truck die unverarbeitete Ladung solltest du ne Waffe ziehen wird geschossen wie bitte? ich hab eben auch von dir da muss ich nicht extra reinlaufen dafür ok los gehts äh Dennis ganz kurz bevor du mit dem weiter redest ähm mach mach ihm nochmal bitte klar dass er kein Handy hat und somit auf sich allein gestellt ist das heißt auch keine Freunde oder so ne gar nichts also ich möchte nochmal klar stellen dein Handy ist entzogen du hast keine Kommunikationsmöglichkeit alles klar ja ja ist in Ordnung hast du Essen und Trinken dabei? oh ich muss auch essen ok gut so Major ich guck mal hier wenn alles verarbeitet ist kommst du zu mir ich guck mal hier das Land entlang ne lass mich lieber auch weiter mit spotten das sind nein ich fahr jetzt den Truck weg da musst du decken nicht dass der auf mich schießt Junge komm zurück wir haben zwei Spotter hier du brauchst es nicht willst du den denn hinfahren? wir fahren dir das Kokain wegbringen beim Drogenhändler Umgebung scheint clear zu sein ok hey flieg dich weg machen wir nicht immer im Sidechannel ey so schön verarbeiten und dann wieder nen LKW einladen und dann komm wieder runter oh Leute nicht in den Sidechannel bitte ach ja ach ja wir haben nämlich hier paar Sniper drum positioniert und sollte sich ich noch einer wehren werden wir dich natürlich und deine Freunde kallblütiger schießen doch ich sag das Major damit der ich sag ein paar Sniper ach so ja ok ja ok klar aber die wissen ja dann der darf das eigentlich eh nicht weitergeben ich weiß eben der darf das eh nicht weitergeben ich wie bitte ich sage ihr seid zu zweit nicht weiter meinst du? ja weiß ich ok er sagt wir sind zu zweit er denkt wir wären zu zweit ok wenn du alles im LKW eingeladen hast so Curry komm doch mal her er sagt er weiß dass wir zu zweit sind komm mal her Curry sie mal auf ihn ich check die Ladung ja mach ich ok wenn alles drin ist bitte zwei Schritte nach hinten gehen ich check die Ladung so ähm Curry ne Curry und ich fahren mit dem Truck nein ihr holt ihr holt den Curry ab und fahrt mir hinterher ok wir 52 verarbeitetes Kokain haben wir mhm das ist äh schon ein Batzen Geld heute ja ne macht ihm aber bitte klar ähm Hentja du musst schneller reden der steht jetzt hier ja ignoriert den einfach ähm haut den nieder und sagt ihm dass er auch dass er nicht aufstehen soll und wir werden ihn weiterhin beobachten sobald der einmal aufsteht wird geschossen geht er in die Halle rein also auch wenn wir wegfahren ne auch so komm mal her komm mal her komm mal mit raus hast du ne Waffe? nein hast du nicht komm mal mit raus also wir lassen dich jetzt hier ja solltest du aufstehen nachdem ich dir jetzt nachdem ich dir jetzt komm ich hier nieder nachdem du warst? Shift G Shift G so nachdem ich dich niedergeschlagen hab du bleibst also liegen und wartest bis wir weg sind nimm seine Niere da steht gleich eh wieder auf also ich muss den nochmal runterhauen also einfach schön hier liegen bleiben ich soll dich dann auf der anderen Seite ab ja ich soll einfach liegen bleiben und das Maul halten einfach liegen bleiben ich fahr jetzt in die Richtung Major ja Leute ich versteh den nicht ja komm zu mir Major bitte? ne ich hol das Auto von uns ja verstehst du mich schlecht? jetzt versteh ich dich ich sage pass auf wie sieht das mit der Karre aus? krieg ich die wenigstens wieder oder wollt ihr die jetzt zum Auto schieben? also so geht's weiter Jungs die Karre wollen sie die wieder haben? nein ich glaub da können wir nichts machen leider ich glaub wenn wir mit der Karre fertig sind ist die Fahrt untüchtig frag du noch ob du mit ihm ein bisschen Kaffee trinken gehen kannst ach Dennis das ist ein Überfall ja ich muss ihn doch jetzt nicht hier anschreien also Curry pass auf ich versteh warte es bleibt folgendermaßen ein Auto nähert sich ein Auto nähert sich von hinterm Berg Major von meinem Berg? ne hinter wo ich jetzt verschwunden bin hinter dem Berg da kommt ein Auto na gut wie komm ich jetzt hier weg Leute was machen wir? komm zu mir in den Truck du kannst ihm sagen sie sollen verschwinden ne Überfall gerade wer soll verschwinden? ok ich position ja wenn die kommen halt mit dem Auto ich bin wieder in Position keine Angst Leute ähm Bonze hol du dir mal den Jeep von uns ja ich? warum Bonze? ich bin doch da oder Major holt den ok Curry äh äh Major holt den Jeep holt den äh Bonze ab und dann den Curry zum Schluss ey Bonze soll hinterm Berg verschwinden wir werden den ganz woanders abholen ja 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 hol mich zuerst ab ich hol Curry ab ja hier lass uns bei allen bevor wir immer mehr kommen ja ja alles gut achtet auf Essen trinken hab ich schon hier Bonze bist du das der da läuft? ja ne du rennst weg ne? äh ich lauf jetzt weg ok ich hol dich gleich mit dem Truck ab Bonze das siehst du ja am Hexagon ne? ok ich hol den Bronz jetzt ab Jungs ich hau ab ja? ja ihr seht mich ja komm zu mir dann gefahren ich seh einen Spieler scheiße warte mal wo? hier hinterm Berg auf jeden Fall bei mir da ist noch so ne äh Lagerhalle der läuft gerade schleicht er sich an? hat der ne Waffe? der läuft gerade in diese Stadt rein aber ist egal Bonze komm ich hol dich ab scheiß auf ihn äh äh müssen jetzt hier weg Curry? kommst du? so Mr.Dort einen schönen Abend noch hau den noch einmal um Curry hau den noch einmal um aber wissen sie was ja vielen Dank auch Bonze ich hol dich guck hier dduh 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 you pass auf hier sind überall Steine pass auf ni dduh 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 komm her Bonze hier ist ne straß die kannst du gleich raus fahren nimm vorsichtig alter ja ja ich hab auch ein Repair Kit dabei im Notfall er habe mich er habe mich ganz nett gefreut ob er die Karre nachher wieder ab will horrid egal aber so ist das denn Altus ne? noch ihr seht ja ح Yamari Er hat gefragt, er hat gefragt, so, könnt ihr die nicht irgendwo abschließen, einfach irgendwo hinstellen? Ja, der hat bestimmte Dings hier, ne? Neu angefangen und so. Ja, er meinte ja, wer ist ja gestern auf dem Server? Dann hat er die kallblütigsten Killer getroffen. Auf jeden Fall. Ja, mein Kerl. Also tut mir natürlich auch leid, aber wir müssen natürlich auch an unsere Prinzipien denken. So, der Bronzer, wir sind auf dem Weg. Äh, Bronzer? Ja. Wo müssen wir hin? Zum Drogenhändler, glaube ich, ne? Wir haben ja verarbeitetes Kukain. Ja, ja, zum Drogenhändler müssen wir. Wo ist der denn, Curry? Das können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Äh, warte mal, wo ist denn der Drogenhändler? Cannabis-Extraktor haben wir. Warte, ihr mal fordern und dann fahren wir euch hinterher. Wollen wir zum Drogenroni, oder was? Warte, mal Drogenhändler. Ja, wahrscheinlich ist das so der Drogenroni und dieser Jesse-Dingsbums, ne? Fragt mal kurz hier und warte auf euch. Da seid ihr doch. Guck mal, brief. Warte, mal kurz. Muss ich desink. Boah, nicht immer hintereinander fahren, immer nebeneinander. Warte, kurz Effekte runter. Ich bin mir nicht sicher, aber kann man mit dem Schlüssel einfach nicht sehen? Ja, deswegen, lass die Karre schnell wegbringen. Komm, die Drogen wegbringen und dann hauen wir ab. Ja, go, go. Wo müssen wir hin? Ja, wie gesagt, hier ist kein Drogenhändler gekennzeichnet. Nur dieser Drogenroni. Wo ist der? Neben Kavala rechts? Das Problem, Leute, wir haben wieder gefehlt. Wir können keine Drogen verkaufen, wir haben keine Lizenz. Hä, du kannst sie auch ohne Lizenz verkaufen, ja. Drogenroni, okay, wir müssen zum Drogenroni fahren. Man braucht keine Lizenz dafür. Ne, nicht verkaufen. Was für eine Lizenz, eine Verkauf-Lizenz, oder was? Keine Ahnung, ich dachte, man braucht generell eine Drogenlizenz. Nicht nebeneinander fahren, Leute, ne? Ja, das passiert eigentlich nicht. Also, auf dem anderen Zerber war es so, dass du nur eine Lizenz... Da kommt ein Auto vor uns. Egal, die dürfen eh nichts machen, Leute. Mal weiter, mal weiter. Er fährt weiter. Verlassung. Genau, genau. Ja, wir würden nur Drogen verkaufen. Ganz normaler Alltag hier, ein altes. Okay, ich bieg jetzt rechts ab, Jungs. Okay, fahr lieber ohne Licht, Dennis. Ja. Leid wie sie. Ja, hab ich an. Fahr lieber nicht so nah. Keine Angst, Leute. Ja, ja. Voll der Drogentransporter. Also, wir müssen jetzt Richtung Kavala. Und dort gehen wir die Drogen verkaufen in der nächsten Folge. Also, sorry nochmal, dass ich da geschossen habe. Nochmal an die Zuschauer. Ja, ich war da ein bisschen nervös. Aber ist ja auch kein Problem. Ja, ich sag's nochmal sicherheitshalber. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und seid nicht allzu strengen mit uns, dass wir ein bisschen böse zu dem Kerl waren. Aber wir sind ja Räuber. Also, ciao.